herzlich willkommen zurück zu unserem nostalgie projekte hier auf der schwarzen oder lpg schwarze pumpe 1988 1988 so was und ja mit dem füße und dem landein hallo hallo ja wir sind ja schon gewohnt aus dem aus dem projekt dass wir quasi hier wenn jetzt mal kurz den weg finden dass wir hier eine etwas lautere soundkulisse haben einfach weil die alten maschinen so laut sind und also teilweise so laut sind aber das sollte man einfach genießen das macht es ja auch aus genau aktueller stand das macht wer ich bin gerade auf dem weg mit dem mb-truck zum händler wird dann noch mal die frontlader also ich habe aktuell eine konsole hinten dran wie die ganze sache mal tauschen will das vorne dran bauen dann gleich den frontlader mitnehmen mit mistschaufel und ein miststreuer eingemordeten auch was austalgisches oder nostalgisches und dann direkt kompost reinschmeißen und dass wir quasi das erste feld schon mal düngen können schon mal vorbereiten können genau und ich habe jetzt das fast hier beim händler abgeholt weil zur bga holt dort die gärreste und dann machen wir ein bisschen saatgut bin ich vor mit dem meerdrecher zum feld 8 und immer das feld 8 noch dreschen naja eine frage tom ich werde mich überlegt gerade ne hat sich erst mal erledigt da werden nämlich eine menge kompost für sie du hast ja das düngerfass ja habe ich schon genau da kommt was rein erzähl mal mit was du da düngen willst du mal jetzt mal gar nichts habe das rotte fasst hier geholt weil zur versuchs bga ohne dort die gärreste raus weil wir in vorherigen folgen dort sto reingeschmissen haben und dann fahren wir runter zur saatgutproduktion und schmeißen dort die gärreste rein damit wir unseren eigenen saatgut produzieren ist ein raum ist ein traum das ist das was jeder machen möchte ja natürlich war ich hier mit meinem schönen dolz etwas sonst ja ich habe das fast natürlich passend in der farbe zu meinem dolz gekauft die kotte fässer haben wir nun auch noch ein bisschen neutralisiert und teilweise mit fortschritt und minol werbung verpasst kann man die bilder bei uns im forum angucken auf unserer homepage das dieselfass hat am wochenende einer unserer forums mitglieder seine ersten texturversuche gemacht ist wunderbar geworden das modell was er da erstellt hat es hat es auch sofort bei uns auf der map geschafft wir haben es gestern abend im live stream bei mir gleich vorgestellt das ding ist genial geworden was er da zusammen gebaut hat und für seine ersten texturversuche ist das genial geworden wir wollen mal schauen ob Tom jetzt auch noch mal ein schlüter pack geschickt da könnte man event dudel auch noch mal das mit rein nehmen weil gerade schlüter ist natürlich sehr sehr geil also mir gefallen die schlüter extrem gut da wurde hat schon angekündigt auch bei dem pack das ist das eine v2 schon in arbeit ist und kommen wird und was da alles kommen soll und so weiter und so fort also dass da wird auch noch dran gearbeitet das ist eben das coole und weiterentwickelt ich muss mal blöd fragen wo auf der map ist habe ich denn hier die dings zum umding wenn ich was umbauen will auf dem mds hof in der werkstatt mit den blauen toren auf welchen mds hof ja vor der fabrik links hast du ein heizwerk und da links davon hast du zwei große toren und da drinnen waren die vorzüge verkauft und auch hinten rechts ist der trigger zum umbauen sehr geil ich sehe es gerade so ne dann wollen wir mal umbauen hier was baust du dann? konfigurieren das gute stück achso du baust die frontladerkonsole an ne? frontladerkonsole das mal so moment so gut jetzt haben wir schon mal die konsole vorne dran das ist gut da kann ich gleich noch ein frontlader holen mit mistgabel und kann direkt noch den mistanhänger kaufen ich nehme mal eine normale schaufel weil kompost zählt als normale achso ja ok so aber erstmal brauchen wir einen frontlader gibt es für den mb truck einen besonderen? ne ne standard frontlader oder? standard frontlader ja der fc 60 war mh das kannst du nicht mal sagen ja ähm so ne schaufel sagst du? ja schaufel ich knall das fass jetzt erstmal voll ne? wir haben nur die schaufel mit 1860 oder? ja standard oder? ja ähm gut dann brauchen wir gleich den miststreuer da haben wir hier so ein wunderschönes teil der aufbau ist für den w50 l60 oder was? oder was das ist? ja da gibt es den w50 kannst du nachher auch noch miststreuer drauf machen sieht sowieso ganz cool aus finde ich mit dem radsetup habe ich mal ne frage Tom was ist denn das negibodarsat negibodarsat na ja negibodarsat na tja müsste jemand mal antworten der ungarisch kann das ist ein ungarisches pack pass auf das radsetup kostet nichts das heißt das kann man nochmal umskinnen ähm dann schaue ich mir das einfach mal an wie das aussieht so nicht wundern hab gekauft ach ich glaube ich hab ne ahnung was das ist ne art wie pflegebereifung vielleicht ähm ähm komm wo war denn jetzt hier die Saatgutproduktion? die Saatgutproduktion ist beim Mischfutterwerk beim Feld 12 in den Silos ja ich sehs alles klar dankeschön und da musst du in die Halle rein und da guckt irgendwo an der Seite ein plänes Rohr aus dem Boden raus ok und das Display ist dort an der Wand und dort musst du hin alles klar aha das ist so ein richtiger grobstölliger Reifen quasi wär cool aber Teilweise habe ich die Mods bei uns auf dem Server und hat schon mit Google Übersetzer äh die deutschen Beschriftungen rein gemacht auch bei dem Pack halt eben noch nicht Kupplung kann man nicht hoch und runter fahren ne bei Bassen jetzt beim Truck oder ne wirst nicht das ist ein Low Attacher so ein Beta dann müsste das eigentlich auch an nicht ganz ja wir sind beide Räder auf dem Boden von daher so da kann man das Timer hier reingucken und mal auf das andere die anderen Räder an oh hier kläfft die ganze Zeit die Döhle ey kann ja nicht sagen hier so schauen wir mal und so wir sind jetzt gleich oben eine Sackle Produktion jetzt gehen wir mal rein schauen Manus oder ja warte bitte ja noch bin ich nicht da ich muss erst noch in die Halle reinfahren das kostet trotzdem immer 1000 ich will mir die Räder jetzt einfach ah ok das ist eine Straßenbereifung das bringt uns nicht viel Ballonreifen sein logischerweise hat sich aber der dritte am besten gefallen da ist das rohr alles klar ganz cool so ja ich kann mal kurz rein switchen ja warte so kannst rein schönes Festchen ne kriegen wir da auch noch vielleicht für die Kotter mit ein paar Skins oder so ja kriegen wir das hier auch eingepflegt auf dem Server also auf unserem ja ja kriegt man bis nächstes Wochenende hin ui nice also Bilder dazu können die Leute bei uns schon auf der Homepage angucken genau so Sackle Produktion sehr schön so die Reste werden eingefügt da ist ja auch schon so beides da quasi da haben wir Zeit geproduziert super guck hier siehst du auf dem Display ja ja schick gut 10.000 passen nur rein hab ich ein bisschen noch übrig was soll man denn damit um an 10.000 passen nur rein ja ja warte 11.000 die restlichen Gärreste kannst du zum Beispiel warte moment beim Obst hinschaffen bei der Obstplantage da muss bloß Kompost als Input Gülle Gärreste und Wasser rein und da entstehen Kirsch- und Pflaumenpaletten äh so na dann düsen wir einmal Obst ja jetzt runter wow in der Folge nichts Produktives geleistet ey auch der Hammer na gut sag mal so ich hab zwei wow ich hab zwei Alarmisticks ge was hast du uns für deine Wampe getan ja danke natürlich natürlich wir haben gestern Abend bei uns im Livestream der Hammer ist Feld 24 geerntet mit Rübenroder drei Rübenroder im Verband und nachher gleich drei Abfahrer hinten dran geniale Bilder geworden cool da hattet ihr Spaß 3 Rübenroder und 3 Abfahrer ist natürlich richtig wir haben so richtig wie es früher war nostalgisch Arsch an Arsch auf deutsch gesagt richtig eng beieinander ja Stunde noch geteilt ne oder also überlege 24 mit 3 Meter Technik das war 4 Meter Technik nur ein bisschen angepasst haben wir zweieinhalb Stunden gebraucht 6 6 naja mal schauen vielleicht können wir uns ja wenn wir hier auch mal so eine etwas größere Aktion vorhaben vielleicht können wir uns dann ja auch mal ein bisschen Verstärkung holen aus deinem Team das lässt sich alles einrichten ja halt nur schauen dass es halt dann mal passt so oh ja qualm zum brennen ist so für sie äh hast du schon sagt produziert ja ist dabei zu produzieren die restlichen Gärreste packe ich gerade hier in die Pflaumenfabrik ok haben wir noch unten noch Kompost was du abgeben kannst ja in der in der Gartenerei Kompostmaster ist noch mehr als genug Kompost gut eigentlich kannst du mal mit einem Hänger laden ne das könnte ich mit einem Hänger machen und wenn du eben was fast dran hast kannst du dort noch Wasser hinschaffen ja das hatte ich nämlich jetzt auch vorher an dann hole ich mal eben Wasser ähm und ich bin gleich mit dem Feld fertig dann kann ich mit dem W50 gespannt Kompost hinfahren kann ich hier irgendwo an Zapfern fahren oder um Wasser oder ja von dir aus der nächstgelegene Wasserstelle ist auf dem Hof bei die Hühner jo Wasser Trigger sind alle wie es früher hieß Volkseigentum Wasser ist überall kostenlos ja Wasser ist eigentlich überall auf der Map verteilt ja das ist schön aber das ausschaut ähm ich habe meine Frage und zwar muss Feld 1 jetzt schon gedünnt werden oder muss das erstmal angesehen werden bin mir nicht sicher wir spielen mit einer Düngerstufe ist natürlich der Ertrag nicht zu hoch ähm wenn du nicht mehr kennst Dinge dann mach doch auf 3 können wir machen ja können wir umstellen wollen wir nur ingame machen oder ja müsstest du bei im Escape Menü bloß mal auf 3 umstellen das ist eigentlich egal wer das macht eigentlich ein Admin achso logisch also wenn man als Admin eingeloggt ist kann das jeder tun ja ok soll man mal gucken müssen naja die Schaufel ist halt echt mini ne theoretisch wäre jetzt in unserem Fall vielleicht 2 Düngerstufen empfehlenswerter weil dann ich habe jetzt tot zählt als eine Düngerstufe dann hast du einmal gegrubbert zwei gibt es nicht achso dann müssen wir doch drei dann hast du einmal gegrubbert dann musst du einmal düngen und die dritte Düngerstufe ist ja nachher in der Sämaschine drin weil die Sämaschine die wir haben hat auch Düngerfunktion also warte mal wenn wir jetzt das Feld ernten mach Chopitztraw der erste Düngerstufe aber Chopitztraw hast du doch nur wenn du Hexe hast wenn du die Schwart ablegst hast du ja dann müssen wir halt zweimal Dünger drauf schmeißen genau da muss man ja mehr als genug Kompost schon wieder voll also das Feld ist ja jetzt hier gegrubbert das heißt das müsste gedüngt sein ich habe das Chopitztraw auf dem Feld bin ich mir nicht mehr sicher wie war das jetzt ja hat man jetzt die Chopitztraw drauf ich weiß es nicht auch nicht ne es ist noch nicht gedüngt gedüngt ist nur die kleinen Ecken wenn du in der Bodenbeschaffenheit guckst wo ich das Drill nachgemäht hab ah ok bräuchte Gewicht hinten dran an dem MB Truck ja der Kompost ist sehr schwer ja merke ich gerade aber Tino deine Zeit ist gekommen das gibt es natürlich in der nächsten Folge ähm vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder meine lieben Freunde wow wie gesagt wenn ihr irgendwelche geilen mods habt oder irgendwas wisst oder sonstiges dann schreibt uns das immer schön in die Kommentare und wir sehen uns wieder schaut bei den anderen vorbei bis dahin tschüss 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 tschüss